Nein, aber leider ist es die Realität, dass wir hier in Benin keine eigene nennenswerte Textilindustrie besitzen. Das heißt, fast die gesamte Baumwolle wird zur Weiterverarbeitung exportiert. Das hat mehrere Gründe. Die Energiekosten, die Infrastruktur, das Ausbildungsniveau. Da können wir mit den Ländern in Südostasien nicht mithalten. Wir werden an dieser Situation in naher Zukunft auch nicht viel ändern können. Was wir aber tun können, ist die Nachfrage nach afrikanischer Baumwolle zu erhöhen. Von den wenigen Textilfabriken, die in Benin existieren, hat man jedenfalls nicht den Eindruck, dass sie besonders konkurrenzfähig sind. Sie sind sehr, sehr kompetitiv.